Jo, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und ja, laden wir den Story Modus und schauen mal wie wir hier weitermachen. Zuletzt haben wir ja mit ihm hier gespielt, mit Michael, soweit ich weiß. Wollen wir mal gucken wie es mit Franklin weitergeht. Hey, I got your badge numbers, nigga. Man, won't you stop acting like a fucking fool? Äh, ja. So. Irgendwas mit T und Fragezeichen. Schauen wir uns das mal an hier. Oh, no. Hey, fuck off, Buster. Hey, fuck off, Buster. Hey, what's up? What's up? Ich habe da so eine Idee, was da los ist. Hey, boo. I knew you couldn't stay away. Tanya, do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry. Well, where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass them went crazy. Will er zum Abschleppwagen begeben? Ja, okay. Laufen wir noch nicht vor die Füße, alter. So, where are you parked? Überall war Autos stehen. So, let's see if we have the power on here. From the story. Or if we show it to us again, that would be nice. Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker. It's a lucky plucker in Little Soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB's still sick. Man, you sure you need me? Because you look like you know what you're doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cars there, ain't you, Tanya? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Keine Zeit her. Oh, come on. Oh, come on. So ein SUV sollen wir da irgendwo wegholen. Okay. Fahr doch. Den da wahrscheinlich. Oh, mit STLG. Okay. Oh. Einfach da lang, wo irgendwie Platz ist hier. Oh, no. Shh. Shh. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you've been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar. And there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack. I got to keep his hours up. Word is they going to sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece two years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. I've been covering that brother for 20 years. Drop it in the marked area. Same as before, honey. Did you just kill someone? I'll make it up to you, Franklin. You know I will. Sollte doch hart rücken oder nicht. Was ist das denn jetzt hier? Aber Junge, geht's noch? Ja, speichern wir. Oh, Feierabend hier. Spinst wohl. Ich hab mich für Ärger am Hals, oder was? Ich sag aber nicht. Gebt Ruhe, Jungs. Kriegt da einen Schuh ins Gesicht hier. Oh, dann mal ab dafür hier. Oh, gleich wieder Fahndungslevel, ja. Na gut. Gucken, ob wir so loswerden auf dem Weg nach Hause. Sieht sehr gut aus, bis hierhin. Sieht sehr gut aus, bis hierhin. Ja, das wird wohl nix. Sie kommt ja her, ne? Gucken, ob ich mich hier besser verstecken. Ja, durchaus. Ja, ist immer so los. Auch gut. Da kann man hier mal eben eine Runde speichern und dann ist alles cool. Ja, das ist immer so los. Ja, das ist immer so los. So, so. So, so. Dann würde ich sagen, fahren wir noch hier mal zu diesem Fragezeichen und schauen uns das auch noch mal gleich an. Sonst wäre die Folge ein bisschen kurz. Jetzt habe ich mir Erde aufgeheizt da, auch gut. Geh Ruhe. Das gab ein bisschen Kohle, ja. Auch gut. Aber dafür auch Fahndungslevel am Hals. Nicht so gut. Aber es war schön, dass das GPS sich anpasst, ne? Können wir umfahren versuchen. Oh, shit. Macht aber einiges mit der Wagen hier. Ja, ja, natürlich. Ich muss mich jetzt sehen. Ah, Mann. Wir müssen besser verstecken hier vielleicht. Die sehen mich doch hoffentlich nicht. Oh, shit, ey. Ja, natürlich. Ja, komm. Lauf. Ab in die Karre hier. Bloß weg. Oh, ja, Helikopter auch noch. Na, klasse. Ob das klappt hier? Schauen wir mal. Sieht nicht danach aus, ne? Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiße. Wir müssen die jetzt wieder loswerden. Aber nicht so dämlich im Kreis. Ich glaube, das hört nichts mit noch einer Mission. Wir geben uns nur noch auf die Flucht, ja? Erstmal. Oh, scheiße. Oh, steh auf. Oh, scheiße. Dump noch mal. Ja, mit dem kriegen wir uns wenigstens nicht so schnell. Der zieht gut weg hier. Ja, genau. Ich fahre dir genau drauf zu, ne? Ja, genau. Gucken wir hier irgendwie im Park verstecken, geht das klar oder habe ich hier auch gleich verloren. Ja, ein bisschen unterm Baum, falls wir mit dem Helikopter wieder angekommen hier. Oh shit. Irgendwie wird das nix, ne? Gucken, ob das hier klappt. Erstmal wohl ja. Ja, da kommt der Heli, ne? Oh man. Ja, der hat mich gesehen und schießt doch nicht. Super. Herrlich. Na, klasse. Ich glaube, ich habe hier gleich verloren. Die Lage verbessert sich nicht gerade. Oh man. Das war auch meine Möglichkeit. Ich glaube, ich bin hier gleich erledigt. Oh man. Oder soll ich es doch noch schaffen? Hm. Naja, da ist wohl nix. Was? Die erledigen muss doch hier gleich. Oh shit. Komm schon, die müssen auch noch raus, ja. Gucken, ob wir hier einen neuen Wagen auf die Schnelle kriegen. Weil der hat schon ganz schön gelitten hier, ne? Lauf, du Sack. Oh, jetzt aber weg hier. Oh Gott. Was ist das für ein Wagen, ey. Oh, die machen hier das Tor auf für mich. Das ist aber nett. Hey. Im Ernst? Schönen Dank. Ja, das war klasse. Hat sich die Flucht gelohnt, ja? Gut, gut. Die haben ja echt das Tor aufgemacht da. Ist auch mal echt geil. Na komm, dann schauen wir uns diese Mission da noch an. Wollen wir gespannt sein, was da auf uns wartet. Könnte ich eigentlich auch direkt mal die Schneidefunktion testen von dem Programm, was ich da jetzt nutze, da von Stacks wird. Das wäre ja eine Option. So, was geht denn hier ab? Ich sollte vielleicht erstmal die Waffe aus der Hand nehmen hier. Der macht Fotos da oder was? Hey, 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 whoa, back off there cowboy, I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's alright. What the fuck you talking about? Wow, hey, look, I saw a quarterback blues, man. And, you know, some of those older records of yours even make sound a little bit closeted, I'm just sayin'. What? A black man walkin' in Vinewood you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. You know, like, I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Look, I'm just sayin' that it's the hypocrisy that I can't stand. You know? I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murder and all that great stuff. And then, what? He loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm sayin'? The guys are fraud. Well, why do you care, man? Yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! They're not magic. No, no, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh, shit! Oh my god, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on! Come on! It's fucking Miranda fucking Cowan! Touch the fucking Megastar! No, no, leave me out your shit, man! Oh, no, no, no! We can make... Oh, fucks here, man! We get one picture of her hairy legs or her ageing muffins and we are in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Come on! What the fuck is wrong with me? Oh. Let's go! You drive! I'll get the shot! Go, go! Get us right up alongside that limo! Come on! Close up! Homewrecker! Harlan! Come on! Come on! Come on! You ruined Mark Vossenberg's wife's life! I don't believe it! She's slammin' a speedball in there, man! This is journalistic gold! Come on! Come on! Go with your marriage-busting muff, Miranda! You bitch! It's in the public interest, you homewrecker! Man, they don't call her the silicone slatter for nothing! She looks like a bloodhound in a wind tunnel! God, I love her! Oh man! No wonder this whole town's in terrible! The fans have a right to know! Everything! There's nothing to stop what I know! I don't believe it! I don't believe it! Are you done yet? No! She still looks too good! I want the prisoner of warshot! That's where the big zeroes are! You ruined his life! Now make my chance! I'll nail it on this one! Set me up again! Fuck you, Beverly! This one's mine! Oh no, no! It's that bottom Peter Madison! Shit! He's getting the money shots! Where's your dignity, man? Forget Miranda! We can't let him steal my exclusive! Get along side of me! That is not what I meant by shooting! Jesus! You didn't have to kill the guy! Oh! This is coming from the moon and just trying to knock him off a moving motorcycle. Well, it's done now! A terrible accident but life must go on. And I'm already late for my next takeout. Let's go! Get the hell out of here! Oh shit! It's the cops! Get rid of them! Oh, that's what I've already seen with the bullies on the chest. Super! Get rid of them! Get rid of them! Get rid of them! Get rid of them! Go, go, go! I am not going down for this! What's wrong? I know what you mean! I know what you mean! Come on, lose them already! Oh, here I should not go through! That was a bad idea! Ah! 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 Ich schaue meine Leute! Schaue deine Leute? Man, ich weiß, wenn die Fahrt ist. Wenn das ist deine Fahrt, dann bin ich der fucking Po, dog. Okay, okay! Keine Ruhe! Ich glaube, ich habe ein guter Bild von Miranda da. Okay, homie. Es war eine Ausbildung, dog. Schau, weiter machen die Welt einen besseren Ort. Ja, der Publikum braucht es zu wissen. Die Fans verdienen Antworten. Shit, nicht wenn die Frage ist, wie low ist Miranda Collins' Muff hängen, oder ob sie sich von einem zweiten Rettungsgericht zu haben. Sie müssen alles wissen. Von Crow's Feet, zu Camel Toast. Hey, hey, hey! Ich komme nach der Manor nächste Woche. Wir werden die Wahrheit weiterentwickeln. Schau, nicht warten für mich, homie. Oh, ich bin warten für dich, homie! Oh, wie weit ist es denn, wir müssen nach Hause? Die ganze Ecke, ne? Aber das machen wir noch, und dann beenden wir die Folge hier erstmal. Nochmal vernünftig abspeichern. Oldschool GTA halt. Der Motorrad ist ja schnell. Wauah, heh! Auah, heh! Oh, ach! Oh, uh! Oh, okay! Oh, das ist die eine Nummer! Der fliegt aber auch gut. Tja, soja, den stell ich mir wohl dann mal in die Garage, das Ding hier. Ist ganz funny damit zu fahren. Oh genau, auf die Hütte, rein damit. Klopp, schmeiß den Helm einfach weg hier. Ah, hier gibt's Medi-Kit, brauchte ich das? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ach, komm schon. Einmal eben abspeichern. So, und dann bis dann, wenn's wieder heißt GTA 5. Und dann bis dann. 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 Bis dann. Und dann bis dann.